Liebe BMW-Freunde, aufgrund der vielen Anfragen stellen wir, vom Baum BMW Shop 24, euch heute das Original BMW Inarrigationssystem zum Nachrüsten vor. Funktionsweise und Inhalt des Paketes, was ihr dann später zugeschickt bekommt, zeigen wir euch im Video. Wir zeigen euch jetzt, wie das Navigationssystem zum Nachrüsten im BMW bedient wird und funktioniert. Wir haben den iDrive Controller, den müssen wir nachrüsten, weil das mit dem normalen nicht funktioniert. Das heißt, wir haben dort zwei Tasten, die nochmal dazugekommen sind. Einmal die Navigationstaste und einmal die Taste Back, über die wir das ganze System bedienen. Sprich, wenn wir in dem normalen Menü sind, so wie jetzt, drücken wir einmal auf die Taste Navigation. Dort kommen wir dann in das Untermenü Navigation. Dann kommen wir in die Punkte Letzte Ziele, Ziel eingeben, Einstellungen und Karte. Hier unten wären nochmal Stauinformationen, die man sich zum Beispiel zusätzlich nochmal anschauen kann. Gehen wir mal in die Zieleingabe rein. Das ist eigentlich wie bei jedem anderen BMW-Navigationssystem auch. Das heißt, wir können hier zum Beispiel nach Sonderzielen schauen, Schwimmbäder, Bibliotheken oder Opernhäuser, wie auch immer. Wir können auf der Karte etwas suchen, wir können Koordinaten eingeben oder wir können verschiedene Routen planen mit Zwischenzielen. Gehen wir erstmal in die normale Zieleingabe. Hier haben wir jetzt einmal vorgegeben Bonn. Das haben wir gerade eben schon mal eingegeben. Das ist ganz normal mit Drehen und Drücken, wie das man normalerweise auch von BMW kennt. Wir geben hier einfach nochmal Bonn ein. So, gehen auf OK. Das Ziel ist dann hinterlegt. Straße nehmen wir uns einfach mal, wie gerade eben, diese Straße hier angehen und auf Zielführung starten. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder diese Route, die das Navigationssystem uns als erstes vorgibt, auszuwählen oder wir können eine alternative Route berechnen. Nehmen wir mal diese Route. Geschätzte Ankunftszeit 17.09 Uhr. So. Die Stimme des Navigationssystems können wir natürlich über das Fahrzeug selber steuern, sprich entweder am Multifunktionslenkrad oder an dem normalen Drehknopf. Die geht natürlich auch über die Lautsprecher des Fahrzeuges. Das ist alles verbunden. In 300 Metern rechts auf die Kölner Straße abbiegen. In 150 Metern im Kreisverkehr die vierte Abfahrt nehmen. In 150 Metern links auf die B266 abbiegen. In 800 Metern werden geradeaus fahren auf die A565 Richtung Köln. Den Straßenverlauf 5 Kilometer folgen. In 800 Metern auf die A565 Richtung Bonn wechseln, dazu Rechtshalten danach gleich rechts halten. Jetzt auf die A565 Richtung Bonn Wechseln, dazu rechts halten, danach gleich rechts halten. Neue geschätzte Ankunftszeit 17 Uhr 3. Jetzt rechts halten. Dem Straßenverlauf 16 Kilometer folgen. In 800 Metern die Autobahn Richtung Bonpoppelsdorf verlassen, dazu rechts halten. Dem Straßenverlauf 2 Kilometer folgen. In 400 Metern rechts auf den Bonner Teilweg abbiegen. In 200 Metern im Kreisverkehr die zweite Abfahrt nehmen. Wir haben verschiedene Einstellmöglichkeiten. In der Karte zum Beispiel können wir einstellen, was wir sehen wollen. Ob wir den zweiten Bildschirm etwas kleiner haben wollen, wie wir das gerade eben hatten. Oder ob wir ihn etwas größer haben wollen. Ob wir es in 2D oder 3D haben wollen. Und so weiter und so fort. Wir können den Kartenwinkel einstellen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen, so wie man das gerne hätte. Wir haben die Möglichkeit, die Routen einzustellen. Zum Beispiel nach dem Fahrstil, wie man fährt. Ob man normal fährt, ob man sportlich fährt, ob man eher gemütlich fährt. Den Routentyp. Man kann einstellen, ob man schnell da sein möchte, wo man hin möchte. Ob man wirtschaftlich fahren möchte. Oder ob man so kurz wie möglich fahren möchte. Wir können verschiedene Sachen einstellen, die wir meiden wollen. Zum Beispiel Autobahnen, Fähren, Mautstellen und so weiter und so fort. Wir können einstellen, ob das Navigationssystem uns alternative Routen anzeigt oder nicht. Ich hoffe, wir konnten alle Ihre Fragen beantworten. Falls nicht, wenden Sie sich gerne an unseren Support Center. Und wir freuen uns, für ihn zu hören. Und wir freuen uns, für ihn zu hören. Danke. Danke. ch